Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt. Wir sind schon in der Kalenderwoche 27 und wir starten jetzt. Ja, diese Woche stand auch wieder im Fokus eines meiner in Anführungsstrichen Lieblingsthemen, nämlich das Thema Rechtsextremismus in Behörden. Lieblingsthema deshalb, weil ich der Meinung bin, wir haben in Deutschland tatsächlich keine klare und eindeutige Strategie, wie wir mit diesen Themen umgehen wollen und wie wir dieses Problem tatsächlich lösen wollen. Der MAD hat zusammen mit der Bundeswehr letzte Woche die aktuellen Zahlen zu rechtsextremistische Verdachtsfälle in Deutschland verkündet und diese Einschätzung, dass wir damit eine neue Dimension des Problems erreicht haben, kommt nicht von mir, sondern kommt vom militärischen Abschirmdienst selber. 600 Verdachtsfälle innerhalb der Bundeswehr, das sei ein wirklich schwieriges Thema und ein erheblicher Anstieg der Fallzahlen. Natürlich sei Patriotismus und Bundeswehr in Deutschland ein wirklich schwieriges Thema, aufgrund einfach der Vergangenheit, der wir haben. Aber das darf nicht in rechtsextremistisches Gedankengut umschlagen, sagt die Bundeswehr. Und damit gehe ich vollkommen d'accord. Wo sind die Probleme vielleicht? Naja, wir haben ja letztendlich die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt. Das heißt, diejenigen, die zur Bundeswehr kommen, können heutzutage vielleicht auch aus einer ganz anderen Motivation dorthin kommen. Wehrpflicht immer noch eine Durchmischung, vielleicht auch eine Thematik gewesen, wo es nicht unbedingt vielleicht in einen Pool von gleichdenkenden Menschen am Ende des Tages mündete, sondern unterschiedliche Facetten. Heißt vielleicht nicht unbedingt, dass wir damals weniger rechtsextremistisches Gedankengut hatten, aber vielleicht auch nicht wirklich das, was im Vordergrund gestanden ist, beziehungsweise das Hochschaukeln innerhalb einer Spirale, um sich gegenseitig zu radikalisieren. Wo das mündet? Wir haben es in den vergangenen Jahren gesehen. Ich sag mal, der Verein Junita, Franco A, eine Rolle Hannibal dort gespielt. Diverse Netzwerke und Verbindungen wie Nordkreuz beispielsweise, aber auch am 30.06. ein Medienbericht, dass der militärische Abschirmdienst einem Unteroffizier auf die Spur gekommen sei, der sich an rechtsextremen Gruppen und Gruppenchats beteiligt hatte. Dort ist vor allem Propagandamaterial und Hetzschriften ausgetauscht worden. Offensichtlich habe es eine Durchsuchung bei dem Verdächtigen gegeben. Man hätte sogar, und das ist alarmierend, weil das immer wieder eine Thematik ist, die wir wiederkehrend und wiederkehrend haben, aber man hätte eine detaillierte Liste von 17 Politikern und Prominenten gefunden, die mit Handynummern und Privatadressen aufgeführt seien. Ob es sich um eine sogenannte Todesliste handelt, wie wir sie vielleicht aus dem Bereich Nordkreuz kennen, oder ob es sich nur, in Anführungsstrichen, um irgendeine andere Liste hat. Das ist derzeit offen in den Ermittlungen. Aber es ist auch wieder diese Thematik, dass es sich alles irgendwie einreiht in einer Kette von vielen Ereignissen, die wir jetzt wirklich in den vergangenen Jahren hatten. Und wenn dann Annegret Kramp-Karrenbauer, unsere Verteidigungsministerin, diese Woche bekannt geben musste, dass der Eliteeinheit KSK, auch die soll laut MAD in diesem Netzwerk eine tragende Rolle haben, Sprengstoff vermisst, dann haben wir hier wirklich wieder Anhaltspunkte, wo man sagt, Mensch, das kennen wir. Das kennen wir aus Nordkreuz, aus dem Fall des SEK-Beamten, der vom Schießplatz Munition gehortet hat. Das kennen wir aus der Gruppe S, aus NRW. Und das kennen wir auch aus anderen Meldungen, dass der Polizei oder militärischen Bereichen plötzlich von heute auf morgen Munition fehlt. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich eine sehr beängstigende Tendenz, die wir haben. Betrachten wir es mal ein bisschen globaler, ein bisschen größer. Es gab diese Woche eine Studie aus den USA. In den vergangenen Security News habe ich schon gesagt, wir können aufgrund der Meldungen, die wir derzeit aus den USA bekommen, wirklich, wirklich froh sein darüber, dass der Corona-Anlauf bei uns so gut funktioniert hat. Diese Woche gab es eine Studie aus Großbritannien. Und zwar ist das diese hier, die absolut lesenswert ist. Ich halte sie mal hier rein. Mit dem Titel Ja, in einem Vergleich der Covid-19-Todesraten hat man gesehen, dass mit 47, nein, 45,7 pro Tote auf 100.000 Menschen die Sicherheitsbranche in Großbritannien eine der höchsten Todesraten an Covid-19 hat. Woran liegt das? Die Studie nennt ein, zwei, drei, vier Gründe. Unter anderem spricht man davon vom Frontline-Experience, die man dort hat. Ja, Sicherheitskräfte sind auch weiterhin vorne im Einsatz an vorderster Front. Deren Tätigkeit ist geprägt davon, in die Interaktion mit Menschen zu gehen. Wenn man die englische oder großbritannische Vorgehensweise um Covid-19 ging, dann weiß man, dass Boris Johnson das Ziel hatte, wir sitzen das aus. Das heißt, dieser ganz klassische Lockdown, wie wir den in anderen europäischen Ländern, aber auch in Deutschland erlebt haben, die harten Regelungen sind relativ spät erst gekommen. Und klar, wenn ich dann Sicherheitskraft bin, die in vorderster Front steht, in deren Tätigkeit es ist, in der Interaktion auch mit anderen Menschen zu sein und es auch darum geht, dass letztendlich die gesellschaftlichen Maßnahmen, die mich als Sicherheitsmitarbeiter schützen, die nicht zum Tragen kommen oder auch nicht eingehalten werden, dann habe ich natürlich ein erhebliches Problem. Gesundheitsversorgung nochmal ein anderes Thema, aber eine ganz, ganz spannende Studie und ich kann jedem nur die empfehlen, der Interesse daran hat. Schaut euch diese Studie an von Corp Security written by Perpetive Research and Consultancy International aus dem Juni 2020. Kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Offensichtlich sind wir wieder so einer Tendenz drin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir wieder eine offene Rassismusdebatte haben, wo wir vielleicht auch hingucken, was passiert mit Menschen, die nicht ursdeutsch sind um uns herum. Aber auch diese Woche haben wir in Waldkreiburg in Bayern wieder einen Fall von Rassismus und Diskriminierung. Zumindest haben das Flüchtlinge im Ankerzentrum einem Sicherheitsmitarbeiter vorgeworfen. Einer dieser Sicherheitsmitarbeiter soll einen Bewohner massiv beleidigt haben. Es gab einen Beschwerdeunterbrief, den auch mit anderen Bewohnern erstellt wurde. Man hat diesen auch ans Landratsamt Mühldorf gesendet, auch an die Regierung von Oberbayern. Man hätte nicht darauf reagiert, sodass man jetzt an die Presse gegangen ist. Das soll nicht heißen, dass wir hier darüber reden, über schwarz oder weiß, über richtig oder falsch. Sind alle Sicherheitsmitarbeiter rassistisch diskriminierend. Aber was mich einfach ungemein an dieser Thematik stört, und ich habe das letzte Woche auch schon gesagt, mich stört einfach daran, dass wir diese Thematik jetzt zehn Jahre mehr und länger mit uns tragen. Und am Ende des Tages wir es nicht geschafft haben, außer dass mal der Verfassungsschutz aufgrund der Änderungen aus 2019 ein bisschen stärker auf den Bereich Asylbewerberunterkünfte raufguckt. Ansonsten hat sich nicht großartig verändert. Die Meldungen können von heute sein, die können aber auch von 2015 sein. Die können aus 2010 sein. Es sind immer in der Struktur die gleichen Meldungen. Es hat sich nichts geändert. Und von daher ist es umso trauriger und es ist auch so schade, dass man diese Chance nicht nutzt. Vielleicht jetzt im Übergang zum Bundesministerium des Innern der Zuständigkeit. Aber auch das müssen wir erst mal schauen. Kommen wir aus dem Bayern, gehen wir direkt in den Osten. Grünes Gewölbe, der Einbruch aus dem vergangenen Jahr. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Ja, es gab diese Woche eine Studie, äh, nicht eine Studie, sondern es gab diese Woche ein Interview im Zusammenhang mit einer Dokumentation im MDR. Ja, und da musste der Geschäftsführer der Sächsischen Immobilien und des Baumanagements mitteilen, dass entgegen der Meldungen, die wir aus den vergangenen Monaten mitbekommen haben, noch länger bekannt ist, dass die Überwachungskameras ausgetauscht werden müssen. Und zwar war dieser Umstand schon Ende 2018 beschlossen gewesen. Er argumentierte damit, dass der Austausch erst anderthalb Jahre später geplant sei, weil das keine Kameratechnik von der Stange sei. Äh, die Planung sei sehr aufwendig gewesen und das hätte eine entsprechende Vorlaufzeit bedarf. Ich weiß es nicht. Also, ich kenne jetzt spezifisch nicht die Anforderungen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich komme aus dem baulichen Sicherheit, ich kenne Sicherheitskonzepte und ich habe für ein Start-up selber im Quartal ein, zwei Gebäude hochgezogen. Ausgestattet mit Sicherheitstechnik, ausgestattet mit Videotechnik, Einbindung ins Netzwerk und pipapo, spezifisches Sicherheitskonzept, jedes Mal Datenschutzbewertung etc. Und das waren keine Themen, wo ich heute gesagt habe, in zwei Jahren brauche ich dort dieses und jenes und ich fange mal an zu bestellen und ich gucke mal über den Markt, sicherlich öffentliche Einrichtungen immer noch mal ein Problem, möglicherweise mit Ausschreibung. Aber, dass das wirklich so lange dauert, ich glaube, das liegt nicht im Kern des Sicherheitskonzeptes und es liegt auch nicht im Kern der spezifischen Anforderungen, sondern das liegt mehr in der Art und Weise und der Struktur, wie vielleicht staatliche Einrichtungen mit Sicherheitskonzepten umgehen und dass dort vielleicht auch die bürokratischen Mühlen länger mahlen. Ich will es mir nicht anmaßen, ich möchte aber nur sagen, dass ich vom Prinzip her nicht ganz überzeugt bin von dieser Argumentation, weil ich es eben anders kenne und ich eben auch weiß, dass das deutlich, deutlich, deutlich schneller gehen kann. Ja, bleiben wir in Deutschland. Corona-Hilfen, auch hier immer wieder ein Thema gewesen, auch in unserem Podcast jedes Mal ein Thema gewesen. Die Bundesagentur für Arbeit prüft inzwischen auch vor Ort, ob Kurzarbeitergeld tatsächlich berechtigt ist und ausgezahlt wurde oder korrekterweise ausgezahlt wurde oder ob es hier zu Betrugsfällen gekommen ist. Und ja, auch die Sicherheitsbranche steht mal wieder in diesem Fall. Ich glaube, ich habe in einer der letzten Wochen-News darüber gesprochen, dass es in NRW um einen Asylbewerber oder die Bewachung einer Asylbewerberunterkunft dort einen Betrugsfall gibt. Der ist jetzt auch nochmal aufgenommen worden vom Verdi-Gewerkschaftssekretär Ösa Itarim aus Nordrhein-Westfalen. Und auch der sagt, Baugewerbe, Metallindustrie, auch im Sicherheitsgewerbe gibt es konkrete Fälle, wo es um Betrug geht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ist das vielleicht der letzte Strohhalm, der dort gegriffen wurde? War das eine kurzfristige Ich-möchte-mal-schnell-Geld-verdienen-Situation? Ich habe keine Ahnung, weil wenn wir uns in die Zahlen gucken, die ich letzte Woche vorgestellt habe, 1,6% Umsatzzuwachs, 3,5% der Sicherheitsunternehmen haben nur staatliche Hilfen bedarf und dann gibt es da Fälle, die dann sagen, man muss da auch noch anfangen zu betrügen. Keine Ahnung. Ihr wisst es selber, wir sind natürlich auch international unterwegs und auch europäisch. Und Nico Semsrott, und ich habe das Video gestern Abend mir angesehen, von Nico Semsrott, hat Alarm geschlagen. Denn in dem Europaparlament ist es offensichtlich vermehrt zu Einbrüchen gekommen. Es gibt Zahlen, die irgendwo zwischen 10 und 100 Büros liegen, die betroffen sind. Und offensichtlich ist es in den letzten 6 Wochen während des Corona-Lockdowns gekommen, dass sich Personen Zutritt zu den Büros verschafft haben, dass man dort Schränke aufgebrochen hat und vor allem Wertgegenstände und Laptops gestohlen hat. Nico Semsrott hat gestern Abend ein sehr, sehr emotionales Video hochgeladen nochmal auf YouTube. Ich habe es mir angesehen. Ich verstehe es natürlich. Ich verstehe natürlich, dass man enttäuscht ist, vor allem, wenn man offensichtlich primär vom Sicherheitsdienst keine Unterstützung bekommt. Schaut es euch an auf YouTube, auf alle Fälle. Ich habe aber selber ein paar Jahre lang intern die Ermittlungen bei Diebstahlserien oder Ähnliches geführt. Und ich muss auch da wirklich sagen, es ist kein Phänomen, das jetzt in irgendeiner Art und Weise neu ist, das in irgendeiner Art und Weise überraschend ist. Überall, wo ich Großraumbüros habe oder Coworking Spaces oder ich einfach Situationen habe, die sehr unübersichtlich sind aufgrund der Gebäudestruktur und dort Personen sind, die mit dem Schlüssel Zutritt sich zu einem Gebäude verschaffen. Da passieren solche Dinge und da kann man einfach nur sagen, Leute, achtet auf eure Wertsachen, nehmt eure Laptops mit nach Hause und lass die nicht dort. Auch wenn sie verschlossen sind, aber so ein Täter und meiste Zeit sind es ja, zumindest aus der Erfahrung und ich glaube, im Europaparlament kann man auch davon sprechen, Innentäter, ja, die haben einfach Zugang dazu. Vor allem, wenn ich ein mechanisches Schließsystem habe, kein elektronisches Schließsystem, macht das das alles etwas komplizierter. Ja, wir können alle mal ganz kurz lachen und dann ist es auch schon wieder bei. Thema Breitscheidplatz, immer wieder ein Thema, auch in unserem Podcast. Ich habe das mal vor ein paar Tagen oder Wochen aufgeschlüsselt gehabt. Ich glaube, wir waren dann irgendwo in vier oder fünf Folgen in einem Jahr, wo wir über das Sicherheitskonzept und angeblich über den immer wieder neuen Stand des Sicherheitskonzeptes gesprochen haben und diese Woche gibt es auch was. Nachdem letztes Woche ein Planungsbüro beauftragt wurde, haben sich jetzt die Denkmalschützer eingemischt und sagen, nee, 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 Freunde, in dieser Art und Weise wird das nicht stattfinden, denn man hat in dem Anti-Terror-Konzept am Breitscheidplatz hat man einen zentralen elementaren Baustein und der sagt, man möchte ein 16 Meter breites und 4 Meter hohen Schriftzug in Form der Buchstaben Berlin an der Zufahrt vor dem Platz aufbauen und somit den Platz vor Überfahrten schützen. Denkmalschützer sagen, nee, 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 Leute, so funktioniert das nicht. Ihr könnt den Platz nicht wegen einer spezifischen Anschlagsszenario dort in dieser Art und Weise verschandeln und praktisch das Stadtbild prägnant prägen, prägnant prägen ist auch super. Naja, ja, ich bin gespannt, was da kommt. Ich glaube, irgendwann interessiert das gar keinen mehr, spätestens dann, wenn wir einen nächsten Anschlag hier in Berlin haben, hoffentlich nicht, aber das ist ja immer wieder das, was ich sage, was auch mein Kollege Raphael immer wieder sagt. Ich gucke mich, ich konzentriere mich ausschließlich auf den Platz Breitscheltplatz. 99,9% des anderen, natürlich sind da auch Maßnahmen, die irgendwo im Hintergrund laufen, aber warum dieser Platz? Wer meint denn, dass dort in der Zukunft noch mal etwas passiert? Ich bin der Meinung, eher nicht. Eher würde das vielleicht sogar dazu führen, dass man das provoziert wird, dass dort noch etwas stattfindet, um einfach zu sagen, ja, ihr habt jetzt 4 Jahre, ihr habt jetzt 5 Jahre gebraucht, euer Sicherheitskonzept dort anzupassen und was kommt am Ende des Tages raus? Ja, ich kann euch trotzdem als Gesellschaft angreifen. Wir lassen uns mal an dieser Stelle überraschen. Eine, und das ist auch dann die vorletzte Nachricht, Nachricht aus dem BKA. Übrigens, ganz interessant, das BKA hat gestern verkündet, dass es die Einstellungsvoraussetzungen noch einmal reduziert ab dem Jahr 2021 ist eine Mindestgröße nicht mehr notwendig. Ich finde es ein bisschen schade, das ist mal ein Kommentar so am Rande, bevor wir hier zu den Nachrichten zurückkommen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das immer so häppchenweise kam. Man hat ja dann irgendwann mal auch bei den Landespolizeien gesagt, ja, Tätowierung ist inzwischen gesellschaftlich. Jetzt hat das BKA angefangen und hat gesagt, naja, Körpergröße ist inzwischen auch kein Fakt mehr. Dann plant doch einfach mal eine neue Strategie, wie ihr das haben wollt. Und nicht, heute sind Tätos nicht mehr relevant. Ja, okay, auch mit Tätowierung haben wir nicht mehr Bewerber. Was können wir morgen einschränken? Was können wir übermorgen einschränken? Ich sage mal, Stichwort Brillenträger, Augenkorrekturen, Laser etc. Auch das alles heute nicht mehr möglich, um praktisch sich beim Polizeidienst zu bewerben. Aber warum eigentlich nicht? Ist das nicht auch gesellschaftlich, wenn ich das korrigiere oder Kontaktlinsen trage? Also alles so eine Frage, liebe Polizei, macht doch da mal eine vernünftige Strategie und nicht immer häppchenweise, um dann hoffentlich die am Ende des Tages sowieso die Einstellungskriterien zu verändern. Also dann tut das doch gleich und guckt, wie ihr dort gesellschaftlich darauf reagieren könnt. Zurück zum BKA, aber die Frage, die dieser Brückner Zeitung diese Woche gestellt hat, sind unsere Politiker eigentlich ausreichend geschützt gewesen wegen der Corona-Krise. Und ja, das BKA hat verkündet, dass sie natürlich auch aufgrund der Corona-Bestimmung erhebliche Schwierigkeiten hatten, die Schießausbildung und Fortbildung durchzuführen. Die musste sogar zeitweise eingestellt werden. Das hätte aber laut BKA keine Auswirkung auf die Sicherheit der Schutzpersonen gehabt. Aber auch das ganz interessant, zu sagen, ja okay, vielleicht ist das mal so ein Ansatzpunkt, wie können wir nächstes Mal darüber mit umgehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ob auf dem Schießstand, wo ich ganz andere Dämpfe einatme als ein Coronavirus, ob das der Coronavirus vielleicht das Ultima Ratio in der Begründung ist, dass dort eine Gefährdung ist. Ich meine, wir kennen es aus Berlin mit den asbestverseuchten Schießständen und den jahrelangen Prozessen und Todesfällen und Auswirkungen auf Landespolizeibeamte. Naja, ich weiß es nicht, aber das ist meine persönliche Meinung. So, zum Abschluss eine Meldung aus Bremen. Und wie kann es anders sein? Wir diskutieren mal wieder über Rechte, Befugnisse und Strategien der Landespolizei. Das Bremen, das Bremen, Bremen möchte jetzt ein neues Polizeigesetz auf den Weg bringen. Und ich finde, das Polizeigesetz hat einen ganz, ganz interessanten Aspekt, nämlich, man möchte im Kern nicht die Funktion und die Zuständigkeiten und die Möglichkeiten der Polizeibeamten beschränken, sondern man möchte diese Beschränkungen mitnehmen, aber sie sollen besser begründet werden. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz interessanter Mittelweg, den man dort gehen kann, weil man möchte an Kontrollorten, heißt das in Bremen, also das sind in, woanders heißt es, Kriminalitätsorte, wo ich einfach als Polizeimaßnahmen ergreifen kann, ohne dass ich vielleicht einen dringenden Anfangsverdacht habe, aber sowas wie Personenkontrollen, verdachtsunabhängige Kontrollen und ähnliches, möchte Bremen weiterhin haben, aber den Beamten müssen der kontrollierten Person eine Quittung ausstellen, wo auch ein Kontrollgrund drauf stehen muss. Und diese Idee, ob das jetzt wirklich am Ende des Tages das Thema ist, was uns hilft in dieser ganzen Diskussion, gar nicht, kann ich an dieser Stelle gar nicht einschätzen, aber ich finde diese Idee vom Kern her mega interessant, einfach zu sagen, ja, ihr dürft weiter so agieren, wie es ist, ihr müsst nur den Bürger, den ihr vielleicht vorher mündlich belehrt habt oder gar nicht belehrt hat, warum ihr das gerade macht, sondern euch auf diese Kontrollzone, auf diesen Kontrollort berufen habt, schriftlich zukünftig informieren, in einem Formblatt, wo es dann drin steht, habe dich kontrolliert, wahrscheinlich am Ende des Tages, weil du an diesem Kontrollort vor Ort warst, aber auch das finde ich total spannend und das könnte ein Mittelweg sein, zwischen den Bedürfnissen des Bürgers und den Bedürfnissen der Polizei weiter agieren zu können. Das waren die Security News für die Kalenderwoche 27, schreibt mir euer Feedback, bitte lasst einen Daumen da, gebt uns ein Like auf YouTube oder auf Instagram oder auf Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Wir werden uns in dieser Woche noch mit einer regulären Podcast-Folge melden, voraussichtlich am Donnerstag, Mittwochabend, nehmen wir auf. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt sicher und kommentiert fleißig unter den Beiträgen oder unter den Videos. Bis dahin, eine schöne Woche, adieu.